Digga, also Shirin David hat halt auf der Bühne 10 Minuten vor mir performt, ne? Krass. Das ist halt komplett krank. Die hat so eine Aura, Bro. Ich mach nächstes Jahr Vasektomie. Wallahi. Wallahi. Krass. Du sollst nicht mir den Sack abschneiden? Fertig, hab ich keinen Bock drauf. Du willst nie Kinder? Nö. Oh. Alter, es geht mal wieder abstinstens, Freunde, oder wat? Nicht alles, wir sind da. Zwei Vermengte, oder wat? Wir sind so krass da, Diggy. Neue Folge, zwei Vermengte. Es ist ein wunderschöner Samstag. Es ist ein kleines bisschen Heimatgefühl, wieder hier zu sitzen, muss ich ehrlich sagen. Digga, bei dir ging also richtig viel ab, ne? Wow. Ich war so viel unterwegs, Digga. Du bist jetzt Hannah Montana, Bruder. Best of both worlds. Hannah Montana. Digga, du lebst einfach auf Bühnen. Gefühlt. Das ist crazy. Du musst nochmal abholen. Lass nochmal schön Revue passieren. Du warst ja auch, Digga, du warst so viel in Berlin jetzt. Ja. Krass. Ja, und ich muss nächste Woche wieder hin. Was steht an? Ein Dreh. Ein sehr großer Dreh. Okay, geil. Wird sehr geil. Sehr geil. Bro. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist, Bro. Auf einmal Young Stone Alive, Young Tour Alive. Oder EP kam. Ecke EP. Ja. Krass. Meine erste EP ist jetzt draußen, Freunde. Hört euch das auf jeden Fall an. Auf Spotify. Oder überall sonst. Banger drauf. Ecke. Ecke. Das ist ein Kira Beat drauf. Geil, dass du den auch mit Nova raufgepackt hast. Ja, Bro. Tante Emma. Der hat auch echt viel Props bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Also ich finde den auch geil selber, aber ich hätte nicht gedacht, dass Leute den Vibe direkt checken. Kannst du sehen, wie viele Leute schon gehört haben? Also auf jeden neuen Song sind schon 120.000 Streams. Geil, Digga. Das ist eigentlich echt insane. Das ist strong. In 24 Stunden jetzt ist krass. Boah, wie fühlt sich das an? Allererste EP? Boah. Bro, ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt ein EP ist oder ein Album. Weil auf Spotify steht Album. Also die haben das automatisch als Album gelistet, weil es neun Songs sind. Was ist nochmal der Unterschied? EP? Einfach mehr Songs. Okay. Also es ist eigentlich mehr Songs und strukturiert. Aber ist EP nicht auch, definiert sich EP nicht auch, wenn du keine zum Anfassen was verkaufst? Wenn es nur digital ist online? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube dann, wenn du, wenn es nur digital ist, du hast keine Box und so, dann ist es glaube ich auch eine EP. Aber ich kenne mich da auch nicht mit aus, Digga. Kennst du von Mauli damals die Pre-EP, Free-EP? Nee. Auch geile Zeit, Digga. Ja, Shoutout. Mann, das ist geil. Diese Zeit, EP ist droppen, links und rechts. Man kann was hören, das ist geil. Ja, Mucke-Technisch ist gerade crazy, ne? Erzähl, Digga, was geht ab? Wie war das Konzert? Wie war das Feeling? Ja, also erstmal big, 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 big Shoutouts und fettes Dankeschön an Chiagu, weil, also der macht das ja alles irgendwie möglich. Der lädt mich ein zu jeder Release-Show, der lädt mich ein zu seinen Tourstops in Köln und dies und das, dass ich performen kann. Chiagu hat öfter Rasenschach performt als ich selber. Geil. Das ist eigentlich krank, ne? Das ist krass, ja. Das ist eigentlich sein Song, Bro. Kriegst du da für Kohle? Gema-Kohle, ja. Geil. Bro, wenn der das vor 30.000 Leuten auf irgendeinem Festival spielt, dann kommt da ordentlich Gema-Kohle rein. Wie viel? Weiß ich noch nicht. Wie viel ist es von? Weiß ich noch nicht. Weißt du nicht? Nee, weiß ich wirklich noch nicht. Aber wie funktioniert das? Du sagst dann halt, okay, da war ein Festival, da waren 30.000 Leute, dafür krieg ich jetzt Geld, oder was? Genau. Du gehst zu Gema und sagst, oder eigentlich melden die Leute, die den Song spielen, bei der Gema an die Liste, die die spielen. Okay, check. Dann checkt die Gema das und ja. Geil. Ja. Das ist geil. Es ist geil. Und ich muss auch sagen, Bro, also Real Shit, mir ging es schon lange nicht mehr so gut. Geht's dir geil, kleiner Freund. Mir geht's geil. Ich hatte halt, also diese ganze Twitch-Sache und diese ganze Stream-Sache ist halt auch geil. Das ist auch schon meine Passion so. Ja. Aber ich weiß, also als diese dunklen Zeiten waren, so letztes Jahr, wo ich richtig Mental Struggle hatte. Das war auch jetzt ungefähr zu der Zeit, ne? Ja, angefangen hat's jetzt so. Games kommt's halt, guck ich auch manchmal drauf zurück, was so vor einem Jahr abging und was jetzt abgeht, ist crazy. Das stimmt. Das ist ein Jahr. Gut gemausert. Auf jeden Fall. Und in der Zeit, keine Ahnung, ja, Bro, ist halt super viel passiert und ich muss jetzt sagen, ich hab wieder so dieses neue Gefühl von, boah, das ist es. Das ist geil. Ich liebe das. Ja, man sieht doch, dass es dir Spaß macht, der Geil. Ich hab das schon zu dir am Telefon gesagt. Ja. Ich find das so crazy, so diese Energy, wenn du auf der Bühne bist. Du hast schon diese Bühnen-Energy. Wir waren ja auf dem Splash, wo ich dann auch kurz mit drauf hatte, ich hab das Gefühl wie ein MPC. Das ist schrecklich für mich, auf einer Bühne vor zehn Leuten zu sprechen überhaupt. So im Stream ist mir scheißegal, aber da so auf die Bühne zu gehen. Warum, weil du die nicht siehst, selber? Weiß ich nicht, Digga. Ich besitze mein Setup. Ich weiß, mir kann keiner was tun. Ja. Wenn mir einer auf den Sack geht, bann ich den. Ja. So und so in echt, du kannst halt nicht beeinflussen, wie die Leute da reagieren. Du guckst den Leuten ins Gesicht, du weißt, Digga, die sind wegen mir da und die erwarten jetzt eine Show. Ja. Ich weiß nicht, das ist schon, also schon ein krasser Unterschied, Digga. Ich war ja dieses Jahr Gamescom auch auf der Bühne, wir haben ja dieses Airman-Ding gemacht. Bruder, da hatte ich auch Scheißerei vorher. Ja. Hatte ich, weil das einfach, weiß ich nicht, Digga, das ist einfach nochmal was anderes. Also ich könnte auch niemals, ich könnte auch niemals, glaube ich, auf die Bühne und einen Song performen. Das ist eigentlich super Hacke. Check ich. Ja doch, muss aber passieren. Spätestens, wenn ich auf Tour gehe. Okay, wenn du auf Tour gehst, machen wir einen Song. Ja. Aber das ist auch, dann muss ich ja nur diesen einen Song auswendig lernen. Ja. Kannst du auch Playback spielen. Auswendig lernen. Dann ziehe ich mir, dann ziehe ich mir fünf Bier vorher rein und dann kann ich. Wenn ich einen Intu-Sub habe, geht. Geil. Machen wir. Hand drauf. Ich schwitze ein bisschen. Ist nicht schlimm. Okay. Ja, Bro. Und das ist auf jeden Fall das, was jetzt ansteht, Bro. Digga, ich habe, also Shirin David hat halt auf der Bühne zehn Minuten vor mir performt, Krass. Das ist halt, kommt ja gerade. Die hat so eine Aura, Bro. Digga, die ist aber auch Big Ed hier richtig, ne? Ja. Was Nucke und so angeht. Das ist auch crazy, Digga. Die hat auch ihren Weg gemacht. Die hat auch gefunden, was sie macht, ja. Eist Matcha Latte. Zu spät. Ich habe einen Ohrwurm davon. Ist auch ein Hit. Und die Leute haten, weil das der Sommerhit ist. Das ist krass. Ne, der Sommerhit ist Rasenschach. Kann mir niemand wegnehmen. Okay. Kann mir niemand wegnehmen. Dann ist der Song nach Rasenschach, der Sommerhit, Eismatcha Latte. Ist aber auch, ist wirklich ein Banger. Ich habe den noch nie ganz gehört. Nur immer diesen Anfang und das reicht mir schon. Finde ich geil. Da muss man Ehre, wem Ehre gebührt, ist ein Banger. Sag ich, wie es ist. Auf den Musikkotzen. Ja, was gibt es noch? Ja, was ich dazu sagen wollte, ist diese Musikszene. Es ist so mausig, Digga. Es ist wirklich, es gibt keine, bis jetzt, keine negative Energie. Alle freuen sich, wenn man sich sieht. Alle quatschen. Es geht auch um andere Dinge. Es geht nicht nur immer um Musik. Das ist das Geile. Weißt du noch, wenn man sich so mit Streamern trifft oder so. Ja. Oder auf so einem Event oder so. Viele verschiedene Streamer. Hey, was steht an? So dies und das. Es geht oft einfach um den Beruf. Sehr oft geht es um den Beruf. Und um dieses, ja, wollen wir mal was machen. Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, mit wem du chillst. Also ich habe auch schon mit ein paar Leuten geschnackt. Ich glaube, es kann auch abgewichst sein, wie in jeder Szene. Ich denke. Ich denke auch. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht erlebt. Und man muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht auf diese, und da will ich auch gar nicht, da will ich auch eigentlich gar nicht so meine Finger wirklich im Spiel haben. Ich bin jetzt nicht auf dieser Major-Label-Schiene oder so. Also jetzt auf keinen Sekt empfangen und weiß ich nicht. Das bin ich auch einfach nicht. Da gehöre ich, also weißt du, was ich meine? Ja, ich würde mir einfach, lass dich nicht so, also habe trotzdem immer so Augen auf dem Hinterkopf. Ich glaube, egal, was man macht, so, das ist wichtig. Aber ist doch geil, wenn du dich mit allen gut verstehst. Aber das ist jetzt gerade so mein Grind. Also ich streame trotzdem noch die ganze Zeit, auch aktiv voll. Läuft auch besser als vorher. Geil. Aber mir macht es richtig Bock zu wissen, Bro, dann und dann stehe ich wieder auf einer Bühne mit einem Mic. Ich sehe die Leute. Ich mache gute Stimmung. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das war actually ein Jugendtraum. Als ich ganz klein war, ich habe immer Hannah Montana geguckt, als ich so acht war oder neun. Ich wollte immer auch so auf der Bühne stehen und singen. Ich habe das auch. Ich habe immer vor dem Spiegel so getan. Checkst du? Das ist crazy. Ja, und jetzt bist du einfach, jetzt bist du Rapper. Ja. Eigene EP. Das Cover sieht geil aus. Ja, Mann. Das Cover sieht geil aus. Und du warst Hotbox, ne? Ja, das kommt, das kam gestern raus. Digga, das ist auch eigentlich so lächerlich, ne? Ich habe das, also ich war früher richtig krasser Marvin Game Fan. So diese Alben 2014, 2015 und so. Hennessy und Autotune, Digga. Ich war richtiger so immer ready, als Mauli auch noch in der Gang war, so Marvin Game immer ready, Morten Fan und so. Und jetzt sitzt du einfach in der Hotbox. Das ist krass. Aber, Digga, das habe ich wie auch gefragt. Ich habe da voll, hast du dieses Video von Tomatolis gesehen? Mit diesem 5-Meo-DNT? Nee, noch nicht, noch nicht. Dann nicht spoilern, ich muss es heute noch gucken. Alter, ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben. Und da habe ich mich so gefragt, guck mal, wenn ich jetzt mich so in diese Lage versetze und ich würde jetzt zur Hotbox fahren, mich in ein Auto setzen und mich wirklich schwer beschissen kiffen, ich würde wahrscheinlich eine Panikattacke da drin kriegen. Ich habe das, wir haben da ja schon mal kurz drüber geredet, ich habe das für mich rausgefunden, ich glaube, ich vertrage einfach kein Gras, Digga. Weiß ich nicht, Bro. Ich glaube, du hast einfach immer wahrscheinlich in beschissene Situationen gekifft, oder? Nö. Also ich glaube, ich gehe da mit so einer Grundparanoia rein, das ist das Problem. Ja, das ist schon mal kacke. Aber, also ich bin auch der feste Überzeugung, es liegt an diesem überzüchteten Scheißzeug. So, ich hoffe, irgendwie, wenn das jetzt egal ist, dass mal was hier in diese Clubs, mal was Entspanntes kommt, wo man einfach nur von frisst und lacht. Aber ich weiß nicht, Digga, das ist jedes Mal dasselbe Ablauf. Ich ziehe viermal in einem Joint, auf einmal mein Kreislauf kackt ab, mein ganzer Körper kribbelt. Ich muss eine Viertelstunde ins Bad gehen und Wasser trinken. Ja. Das ist nervig, das ist für mich nicht geil. Der trägt lieber zwei Bier. Klar. Also im besten Fall, stay sober ja sowieso. Klar. Aber ich könnte das nicht. Ich könnte auch niemals bekifft irgendwas drehen und wenn ich mir vorstelle, Digga, ich sitze in so einem Auto, kiffe mich voll und muss dann auch freestylen und irgendwie, Bruder, würde ich Paranoia seine U-Großmutter kriegen. Es war schon auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende Situation, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt nicht so ein entspanntes Kiffen. Das war schon so, oh fuck, Bro, ich bin put on, ich bin on the spot, so. Aber hast du delivered? Bist du zufrieden mit dem, was du da gemacht hast? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr so genau, wie die Freestyles waren. Ich weiß, dass ich einmal richtig reingeschissen hab, da war so Flowfehler drin mäßig, aber ansonsten war geil, Bro. Und das Ding ist, es war halt real, real Freestyle. Und ich hab sogar, eigentlich kannst du es niemandem erzählen, Bro. Die EP hab ich zwei Tage nach eigentlichem Abgabetermin abgegeben, weil ich in diesem ganzen Umziehen hin und her noch einen Song nicht fertig hab. Welcher war's? Ratzfatz. Okay, ich weiß, das ist der zweite auf dem. Genau, sehr gut, sehr gut. Und der Song war quasi nicht fertig und ich habe den Freestyle aus dem Marvin-Game-Ding hab ich dann als Part genommen, weil ich den so geil fand. Aber geile Story, das ist eine geile Story. Und dann hab ich das am gleichen Tag einfach eingerappt und abgegeben und das ist jetzt gerade der bestperformendste Song. Wie viel hat der? Ich glaub 150.000, 160.000. Krass, Digga. Das ist crazy. Das war die Laien. Ich hab einfach immer noch eine Million Hörer auf Spotify. Das ist so verrückt, wenn man drüber nachdenkt, Digga. Das ist wirklich krank eigentlich. Bruder, weißt du, ich denk einfach so gerne daran zurück, dieser verfickte Weihnachts-Vibe. Ticker. Bruder, wir haben das, dadurch ging das ja auch eigentlich, ich hab ja eigentlich, ich weiß Leute, das wisst ihr, ich hab eigentlich so vor dir einfach auf Joke-Mucke gemacht und irgendwann warst du bei mir. Aber das war, sorry, das war schon auch nicht nur unbedingt auf Joke, es war schon auch auf Real, oder? Also es klang auf jeden Fall gut. Das war jetzt nicht scheiße. Aber es war, ich denke, mir schreiben auch richtig viele Leute, mach mal wieder was. Sommer, Sommer, Sonne, Suicide, Suicide? Oh ja, das war geil, da haben wir im Schlauchboot mit einer Drohne gedreht, da hatte ich noch meinen Ford Probe mit den Klappaugen, das war geil. Aber das war jetzt kein, weißt du, das war jetzt kein Troll-Song, oder? Ja gut, der Song heißt Sommer, Sonne, Suicide und ich rapp halt darum, wie ich mich im Sommer töte. Einfach geil, so eine kreative Auslebung. Ich hätte es ja auch Leuten schicken können, die es geile abmischen, aber ich habe es selber abgemischt, weil ich einfach diesen kreativen Prozess geil fand. Ja, also Hobby-mäßig. Ja, das war wirklich einfach Hobby-mäßig und ich hätte auch voll Bock, mal wieder was zu machen, aber im Moment ist einfach so wenig Zeit und alles so an Energy geht jetzt halt in den Stream rein. Aber das war eigentlich, ich saß schon 2019 in Kiel in meiner Bude, hab da einfach so aus Joke-Tracks gemacht, die dann hochgeladen auf Spotify und dann warst du irgendwann bei mir zu Besuch im Winter und wir haben aus dem Dachboden, haben wir besoffen Weihnachts-Vibe gemacht. Ich saß, ich weiß auch ganz genau, ich saß hinten auf dieser Couch mit dem LED-Stripe, wir haben so unsere Parts geschrieben, du saßt am PC und dann haben wir das so eingerappt und in richtig, sogar zwei richtig beschissene Videos gedreht, weil wir wollten, dass das Video auf beiden Channels kommt. Ja. So fing das alles an. Das ist eine Scheiße, Bro. Zaubertrank, sage ich, bis heute ist ein Banger. Ja. Ich sage, Zaubertrank ist ein Banger, auch wenn du dich da als Musiker, als Künstler nicht mit identifiziert hast, ich sage, bis heute ist ein Banger. Ist ein Klassiker auf jeden Fall. Dass du 40 Grad runtergenommen hast, verzeih ich dir nicht. Doch, muss weg. Der war auch geil. Muss weg. Nee. Nee, geht nicht. Warum? Weil du Angst hast, dass die Leute dich nicht ernst nehmen als Musiker? Nee, auf YouTube ist es ja auch noch. Also ich will das ja nicht verdrängen aus meiner Vergangenheit oder so. Die Leute können das ja hören. Ist das Video noch da? Ja, klar. Okay, wichtig. Ich will das halt nur nicht auf meinem Artist-Profil. Ich glaube, das ist bei dir sogar auch noch da. Bist du nicht mehr auf meinem Profil? Okay, check. Banger, sage ich. Ja, Mann. Also haben wir noch 2022 Gamescom, haben wir den noch bei dir in der alten Küche gehört. Weil die haben das in Hamburg gedreht. Ja. In, äh. Boah, der Videodreh war auch krampig. Bei Unicorns. Wir haben, äh, ja. Wir haben 40-Gratis-Video und Zaubertrank. Der Song Zaubertrank ist auch noch auf Spotify, sage ich bis heute. Banger, hört die Scheiße an. Alter, wo kommen wir eigentlich her? Letzt mal Re-Rap. Wir haben den ganzen Tag in Hamburg gedreht. Wir hatten kein Skript, gar nichts. Wir haben irgendwie improvisiert. Wir haben dann noch, äh, Arcadia da bei den Unicorns hatten wir eine Nebelmaschine. Die habe ich noch mitgebracht. Die steht irgendwo im Keller noch. Und dann haben wir so dieses Video gedreht. Das war schon geil. Das war schon sehr, 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 sehr geil. Ja. Und Weihnachts-Vibe, das war so ein, äh, Digga, das müsst ihr euch mal reinziehen. Da hatte ich zu der Zeit, keine Ahnung, 30, 40 Viewer oder so. Ja. Und, ähm, dann hat Felix uns ein 2-5-7-Ners-Feature geklärt. 2-5-7-Ners finde ich absolut intelligent. Habe ich auch damals gehört, wo ich mit 16 mich besoffen habe im Garten. Meine Eltern. Ja, auf jeden Fall. Äh, hier durcheinander und so. Bruder, absolut geil, absolute Legenden. Big Shoutouts an die Jungs. Wir müssen mal wieder was mit dem machen, Digga. Mhm. Äh, da hast du uns noch ein 2-5-7-Ners-Feature geklärt. Und dann haben wir wie die größten zwei Dullis so einen Weihnachtstract gemacht. Sage ich auch Banger. Und dann hat uns Schniesem von den 2-5-7-Ners dann noch ein Part drauf eingerappt. Ja. Digga, das ist... Der war auch echt stark. Und dann lief er sogar bei Jamfm. Stimmt. Und ich weiß auch, ich war bei meiner Mom auf der Arbeit, hab die so besucht, hab mit ihr eine Cola getrunken. Ja, hätten wir mal Gamer angemeldet, Mann. Scheiße, Digga. Ja, Mann. Aber es war schon geil. Es war schon geil. Oder turbogeil. Aber ich muss auch retrospektiv sagen, ich hab da eigentlich schon, aber unterbewusst, voll nicht, weil ich dachte, ich bin auf meinem einlinigen Grind. Ich dachte, ich stream und YouTube. Mir hat dieses scheiß Mucke machen so viel Spaß gemacht. Es macht auch übel. Ich hab das auch so enjoyed, wenn man dann irgendwie eine Melodie hat und man dachte, boah, klingt das geil. Irgendwas mit Autotune. Mir fällt gerade ein, ich mach das noch viel länger, Digga. Ich hab, glaube ich, 2017 mal diese 200 Worte in einer Minute rappen Challenge. Die gibt's sogar noch. Weißt du, was ich mittlerweile sehe, richtig? Ich hab so einen Typ auf TikTok gesehen, oh, ich hab mal mit Zabex gerappt. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Oh ja, das war ein bisschen cringe. Das fand ich auch ein bisschen cringe. Das war irgendwie so ein, da war ich auch so ein bisschen noch in meiner edgy Zeit. Das war irgendwie ein Typ, der hat so irgendwie bei einem stinkigen Rap-Battle mitgemacht. Und der meinte einfach so, hast du überhaupt einen Part zu machen. Und ich hab dann einfach einen Part gemacht, so auf lustig, aber turbo cringe. So, einfach so auch auf cringe einfach eingerappt. Und dann hab ich das auch irgendwo wieder gelesen. Der hat das irgendwie wieder online genommen und so, guck mal, ich hab mit Zabex ein Part. Das fand ich auch ein bisschen unangenehm. Liebe Grüße an der Stelle. Aber egal, Digga, trotzdem funny. Das ist, ich weiß nicht. Musik machen macht Bock. Weißt du, was mein größtes Problem da ist? Erstens, zum Beispiel, wenn Julia zu Hause ist, kann auch vor dir nicht. Ich kann keine Musik machen. Okay, ja, das ist krass. Aber Weihnachtsfeier haben wir doch gemacht. Ja, aber war super unangenehm für mich. Und ich hab mich betrunken dabei. Wenn ich nachher voll bin, ist egal. Da war sehr viel Hennessy im Spiel. Deswegen, wa? Da war sehr viel Hennessy im Spiel. Ja, extrem viel Hennessy. Und sehr viel Malboro Gold. On the Rock. Ja. Sehr viel On the Rock. Digga, das war so geile asoziale Zeiten. Ich könnte aber auch nicht in einem Studio aufnehmen. Wenn da ein Soundengineer sitzt oder so, Kira sagt, lass mal was machen. Ich kann das nicht. Meinst du nicht? Ich glaube doch. Das ist wie beim Pissen. Ich kann keine Musik machen, Leute zu gucken. Das ist wie so dieser Halfpipe-Moment. Du weißt, du stehst in einer Halfpipe so und du musst jetzt einfach den Fuß runterdrücken. Du musst mit dem Schwung nehmen. Wenn du dich nicht traust, du musst einfach dich trauen. Es ist ja auch egal. Die Leute sind ja da, um Mucke zu machen. Und die rekorden hunderte Leute. Aber das war immer so mein Ding. Da brauche ich in der Wohnung Ruhe. Mach die Tür zu. Hör mir was Geiles zu trinken. Und dann setze ich mich einfach alleine für mich einen Abend hin und mache so einen Track. So habe ich das immer gemacht. Aber ich kann auch, das Ding ist so, ich bin auch richtig kacke da drin, so geile Melodien, geile Texte irgendwie zu finden. Weiß ich nicht. Jetzt der 500. Track, wo man irgendwie überall gerappt oder so. Also ich habe so, ich finde, du hast so richtig geile Texte und verschiedene Themen so. Das ist irgendwie geil. Das fehlt mir so da, die kreative Ader. Finde ich gar nicht eigentlich. Aber ich will auch so, keine Ahnung, Mucke war immer Hobby. Und wenn ich Bock habe und irgendwie einen geilen Beat sehe, setze ich mich hin, mache es einfach Just for Fun und lade es auf Spotify oder halt auch nicht. Aber ich glaube, so ist es einfach smarter, gerade so die ganze Energy in den Stream reinzustecken. Ja, glaube ich auch. Da mal den einen oder anderen Audit-Free-Style zu geben. Ich finde, auch Streamen ist mehr für dich. Ich finde, das ist eher mehr da. 100 Prozent, Bruder. Das muss man sich auch eingestehen. Da haben wir sogar mal gesagt, ich könnte niemals Musiker sein. Ich könnte auch niemals Only-YouTuber sein. Ich glaube, das geilste Medium ist Twitch. Was machst du da? Rauchen. Oh, du bist wieder back, ne? Digga, warum blinkt das so scheiße? Boah, das ist ein Tamagogi. Was ist das? Zeig das mal in die Kamera, während du mal dran ziehst. Das werde ich nicht machen. Du musst. Die Kamera ist ja auch drauf, du Fatze. Die sind legal in Deutschland. Digga, das ist ja krank. Ja, ey, ich bin da nicht stolz drauf. Was ist das für ein Geschmack? Lime Lemon. Krank. Ich mache jetzt kein Geheimnis draus. Aber guck mal, das Ding ist, ich war ein Jahr fast abziehen. Ich habe Shisha ab und zu geraucht. Ja. Oh, ich kann leider nicht sagen, durch wen ich wieder abhängig geworden bin. Wen? Du musst. Ne, kann ich nicht. Koko? Nein, nein, nein. Durch wen? Monte? Nein, ich sage nur, ich sage eine Sache, wo es passiert ist, auf der Trimax E-Scooter-Tour. Und jetzt können die Leute, du darfst sagen, nenn keine Namen. Nenn keine Namen. Aber auf der Trimax E-Scooter-Tour hat mein Downfall begonnen. Nein. Ja. Da habe ich heimlich hinter der Kamera, der ab und zu mal an der Elf war gezogen und Bruder dann irgendwann in den Kiosk gegangen, eigene gekauft und habe, da war vorbei. Und das finde ich, ich bin das Negativbeispiel, ich diene zur Aufklärung. Okay, warte. Ich war ein Jahr vape. Ich muss wissen, ich glaube, ich weiß. Ich sage es dir nach dem Podcast. Es ist wirklich, äh. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich die Person nicht in die Pfanne haue. Okay. Ja, aber die Leute können ein bisschen Rätsel raten in den Kommentaren. Ja, okay, okay. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel redest, dann merkt man mir, also weißt du, ich sage es dir privat. Ja, okay. Aber ich weiß es, dann weiß es. Ich haue hier keine in die Pfanne. Dann weiß ich es, dann weiß ich es. Und das war so, äh, das war so der ausschlaggebende Punkt. Bin ich nicht stolz drauf, Digga, es kostet, es ist wirklich dumm. Also es sieht auch peinlich aus, muss man ja nicht drüber reden. Ja, ja. Aber, ich weiß es nicht, Digga, erst war so Eventraucher und weißt du, was dann der Punkt war, als Monte mich im Stream gefickt hat? Wieso, du wavest doch die ganze Zeit, hol doch jetzt deine Vape raus, jetzt vorbei. Ja, jetzt weiß ich es wieder, ja. Aber du bist jetzt auch ein bisschen ungezwungener, du bist jetzt frei, du darfst machen. Ja, ich, ich. Du bist der Grund, warum 15-Jährige zum Kiosk gehen und Elfbass klauen. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Nimm mich nicht als Vorbild. Safe. Das ist mein Content, ne? Ja, ist krank. Weißt du, ich habe jetzt meinen blauen Insta-Haken bekommen. Geil. Nach Jahren, endlich ist die, also wirklich, um auf Instagram, für die Leute, die sich raffen, damit du auf Instagram einen blauen Haken bekommst, man kann den sich ja einmal kaufen. Ja, du musst durch die Hölle gehen. Ja, finde ich, aber gekauft, verliert der an Prestige, an Wert, fühlt sich nicht geil an. Ja, ist nicht geil. Und vor allem, du musst irgendwie deinen Ausweis da hinschicken und dann steht dein Klarname da. Ist ja auch Turboarsch. Da soll jetzt Habecks Haken stehen und nicht Mike Taschenbier. Ja. Ja. Genau. Und jetzt hat so, die Bild-Zeitung hat einen Artikel über mich gemacht, auch einen sehr netten Artikel. Muss man mal, kann man, Shoutout. Sehr netten Artikel über mich geschrieben. Und Ingame sehr viel. Ach, auch tolles Blatt. Und die haben zum, ja, das ist, Bruder, das ist crazy. Beides tolle Blätter. Es ist journalistisch, auf jeden Fall die Speerspitze. Auf jeden Fall. Und das war so der Grund, warum ich diesen blauen Haken bekommen habe. Decker, die haben über alles berichtet. Für mehr sind die auch nicht gut. Einmal den blauen Haken abholen, dann sollen die sich wieder verpissen. Das hat Jahre gedauert. Ich habe dafür gefühlt eine Niere gegeben. Aber jetzt fühlt sich das umso geiler an. Wie hast du den jetzt bekommen? Einfach rausgeschickt. Nochmal. Einfach mit den ganzen Artikeln, alles. Digga, die haben da... Aber halt, du musst doch dann deinen Perso angeben. Mit Klaren. Ja, aber der steht da nicht. Wenn du es dir kaufst, dann steht der Name von deinem Perso, steht dann im Profil. Wirklich? Wenn du den Haken aber... Nein, oder? Doch, du kannst den Haken dir einmal holen, einfach über Meta. Wenn du kaufst, kostet 10 Euro dann, wie bei Twitter, blauen Haken. Und dann musst du halt deinen Perso hinschicken, dass du verifizieren kannst, dass du die Person bist. Und dann steht aber dein Klarname mit dem Haken im Profil. Und das ist halt Arsch. Dann hast du ihn halt gekauft. Und es gibt aber noch die Oldschool-Variante, dass du dich einfach bewirbst. Musst du auch deine Daten mit reintun. Aber dann kannst du so... Die wollen halt... Verstehe ich auch nicht, weil eigentlich meiner Meinung nach reicht es zu sehen. Ey, das ist eine Person von öffentlichem Interesse. Das ist der... Wir geben denen den Haken, dass jeder checkt, dass der das wirklich ist. Weil es gibt ja auch Fake-Profile. Aber die wollen dann irgendwie so... Von so alten Medien, die wollen so Zeitungsartikel, irgendwelche Berichterstattungen über dich haben. Und ich habe mich da schon 100 Mal beworben. Und auch... Vor einem Jahr war ich auch noch super irrelevant. So jetzt mittlerweile gibt es halt dann auch so ein paar Artikel. Ich habe das da reingeschickt. Und trotzdem, auch dieses Jahr habe ich mich 20 Mal beworben, bis es jetzt endlich geklappt hat. Und ich habe da wirklich alles reingeschickt. Die Henkes Corner-Folge ARD. Die Bildartikel. Die Ingame-Bruder, die berichten wirklich im Moment über jede Scheiße von mir. Ich habe so über dieses Telefonat mit meiner Mutter, als sie meine TikToks gefunden hat, haben die so berichtet, Zaviks Mutter von Streamer ist entsetzt. Richtig geil. Ich habe das alles reingeschickt. Du musst mal überlegen, wie traurig das ist, dass das wirklich ein Job von Leuten ist. Ich finde es wirklich erbärmlich. Aber egal, trotzdem. Ich habe jetzt meinen Haken bekommen. Aber danke für den Haken, Freunde von Ingame. Jetzt fehlt nur noch fucking TikTok. Ja. Freunde von Ingame. Ja. Das ist geil. Ja. Mal gucken, wie die Reise weitergeht. Ach. Julia ist jetzt vier Tage weg. Das ist auch crazy. Endlich mal Freizeit. Die Bude für mich. Männerabend. Männerabend. Pokern, Zigarren rauchen. Kommst du mal rum oder was? Auf dem Balkon. Hätte ich Bock. Schön Balkonien. Muss man mal machen. Ich überlege gerade. Vielleicht heute Abend noch ein Stream. Ja. Bin eh allein. Vielleicht komme ich rum. Streamst du heute oder hast du heute nicht. Ja. Ich glaube, ich stream. Ja. Aber nur, wenn du kaltes Bier in den Kühlschrank stellst. Ja. Geil. 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 Das ist krass. Die ist ja voll drin. Habe ich schon mal erzählt. In diesem Pflanzen-Game. Ja. Und das Ding ist, Julia ist wirklich die beste Pflanzen-Katzen-Mutter, die man haben kann. Also das ist wirklich, dazu muss man noch sagen, Julias Katzen, die hatten so Blasenprobleme und so. Ja. Nero hat zum Beispiel keinen Penis mehr, der muss ihm amputiert werden, der hat nur einen Penis im Gesicht, weil der so aussieht, als er hat einen Schwanz im Face, finde ich extrem lustig. Und die hat mir wirklich eine ellenlange Anleitung geschrieben, wie ich mich um ihre Pflanzen kümmern muss. Ich muss diese Gewächshäuser, Gesundheit, ich muss diese Gewächshäuser lüften. Ich muss da reinsprühen. Das ist ein Fulltime-Job, Bro. Wasser, aber nicht direkt auf die Pflanze, sondern an die Wände, damit das so kondensiert. Aber auch kein Leitungswasser, sondern destilliertes Wasser. Zweimal am Tag lüften. Warum? Ja, weil da irgendwie Mineralien im Leitungswasser sind, wo die abkacken. Die hat auch so tropische Pflanzen und so eine Scheiße. Das ist geisteskrank. Die Katzen, die kriegen extra Blasenfutter, Bro. Die Katzen kriegen ein Fünf-Sterne-Menü. Das ist nicht, ich mach da Trockenfutter rein, die fetten Schweine fressen, bis sie satt sind. Ja. Es ist geisteskrank. Ich mach da rein, Blasenfutter für die Katzen. Weil die sich immer so einpissen, sehe ich. Nee, weil die sonst Nierensteine kriegen. Also die brauchen so extra, das wünscht man keinem. Ja. Dann muss Blasenfutter rein, dann kommt da ein spezielles medizinisches Nassfutter rein, dann muss ich das mit Wasser noch verdünnen, das Futter, damit die das essen können, aber auch nicht zu viel, sonst fressen sie es nicht. Dann kommt da noch so Thunfischspäne rüber, dann kommen da noch in jedes Fach exakt sechs Leckerlis, damit sie nicht kotzen, rein und tiefgefrorenes Stück Thunfisch bei der Einkatze. Ja. Und bei der Einkatze durchmengt man das alles, weil die frisst, die fette Sau. Ja. Und bei der Einkatze musst du das Trockenfutter links machen, da darf kein Wasser ran, rechts das Nassfutter, was du mit Wasser fettest, Bruder, die Fünf-Sterne-Menü, das dauert eine halbe Stunde, denen das Futter zu machen. Ja. Dann muss ich jeden Tag die Katzenklos ausleeren, die haben so einen extra Mülleimer, dann mache ich das rein, dann kann man so ziehen, dann fällt das rein, geht wieder zu. Dann kommt die Katzenklos, damit es nicht stinkt, so Pulver wie Babypuder, Katzenklodio. Bruder, mein Kopf ist gefickt. Vier Tage, das ist Real Talk, Fulltime-Job. Oh, Bro, das ist, also ja. Aber musst du halt machen. Das ist halt die Verantwortung, die Pflicht. 100 Prozent. Und da, guck mal, alleine daran merke ich, ich hasse es, Verantwortung zu tragen für Dinge, die leben. Und deswegen, ich würde mir jetzt, wo ich allein wohnen, ich würde mir jetzt auf gar keinen Fall ein Haustier holen, nicht mal einen Arschgeficken-Hamster. Du wirst irgendwann Kinder haben, Mann. Nein, ich werde niemals Kinder haben, ich werde niemals Kinder kriegen. Ich hasse es, mich um Dinge zu kümmern, die leben. Hast du dich beschlossen? Ja. Ich mache nächstes Jahr Vasektomie. Wallahi. Wallahi. Krass. Johnny, mir den Sack abschneiden, fertig, habe ich keinen Bock drauf. Du willst nie Kinder? Nö. Ich will Geld ausgeben für, ich will mir noch irgendwann einen Oldtimer-Mustang kaufen, ein schönes Haus, eine Garage, wo die beide reinkommen. Wenn ich Bock habe, auf ein Event zu fahren, fahre ich da hin. Aber wenn jetzt, ähm, wenn jetzt, ähm. Deswegen rauche ich auch wieder so viel, damit meine Potenz leidet. Wenn deine Schwester aber auch sich dazu entscheidet, stirbt die Blutlinie der Taschenbiers. Ja, dann ist die Taschenbier-Blutlinie weg. Ja. Und meine Schwester will auch nicht. Du wirst beendet dann. Deine Blutlinie wird beendet, Mike. Ja, aber guck mich an. Also vielleicht ist es auch besser, wenn man sagt, guck mal, war eine schöne Zeit, aber hier endet die Taschenbier-Blutlinie. Okay, verstehe ich. War ein guter Abschluss. Ja, finde ich auch. So, man geht nochmal mit einem Knall, so, und keine Ahnung, das Ganze, hoffentlich, dass die Unmengen an Geld ich anhäufe, bis ich irgendwann das Zeitliche segne. Ich hoffe natürlich, wir haben alle ein langes, gesundes Leben. Klar. Wird dann an irgendein Tierhort oder so gespendet. Können ja ein Palast für die Köder bauen. Ja. Aber das... Kriegt 30 Millionen dann von dir? Ja. Gut. Kriegst du. Meinst du, du lebst länger als ich? Bestimmt. Bei deinem Drogenkonsum? Ich nehme keinen Drogen. Mr. Superswabe. Typ, Alter, du bist ja wirklich ein Bastard, ne? Der Nation. Egal, ich bin ein Negativbeispiel. Sollen sich die Leute kein Beispiel dran nehmen? Und heute Morgen... Okay. Ich glaube, heute Morgen hatte ich einen Fiebertraum. Wirklich. Ich liege um neun im Bett und ich bin so... Ich schlafe im Moment richtig beschissen. Ich hau mir auch literweise Melatonin rein, das hilft gerade gar nichts. Ich schlafe so beschissen gerade. Und ich liege so im Bett und ich höre so dieses... Melatonin oder Melatonin? Das macht deine Oma immer. Ja? Ja, ganz genau. Okay. Werde ich dir nicht die Hand drauf geben? Musst du. Ich spiel's immer noch, ich geb dir einen kleinen Finger. Okay. Na? Ja. Schau da hat's. Katzengeräusch. Kotzt. Ja. Kriegt jeder Katzenbesitzer PTSDs? Fängt an. Ja. Ganz schlimm. Schrecklich. Und ich liege so im Halbschlaf. Ich denke mir, du Hurensohn, Vieh, bitte nicht. So, dann hört sich das an, als wenn die kotzt. Ich schalte es nochmal umgedreht bis elf. Ja. Und dann stehe ich auf und ich hab eine Stunde, das war die erste, nicht mal vor dem ersten Energy oder so, direkt aufgestanden, hab die Kotze gesucht, wollte die ausfindig machen. Und ich hab wirklich die Wohnung auf den Kopf gestellt, unter die Schränke geguckt, ins PC-Zimmer, überall hin, da hat auch wieder auf meinem Hermann Miller ein Body gelegen, das Vieh, alles volle Haare, muss ich erstmal Fusselrolle holen. Und ich bin unter das Bett gekrochen, nirgendwo liegt dieser Haufen Kotze. Und ich weiß nicht, entweder ich hab's geträumt, entweder es war ein Trockenkotz, oder es liegt irgendwo in der Wohnung ein Fladen Kotze, aber dann hat die Katze mit Absicht den versteckt, um mich abzufangen. Ja. Ich habe wirklich unter der Couch, unter dem Bett, überall, es ist nirgendwo Kotze und das lässt mich nicht los. Das hasse ich. Die Wohnung, wir haben... Wo hat das hingekotzt, das Tier? Ja. Und wir haben ja mal drüber geredet, ich hatte diesen mysteriösen Stinkegeist, der ist jetzt weg. Mhm. Das ist von Gorn, zum Glück. Okay, gut, dass er ausgezogen ist, ja. Vielleicht hat die Katze die ganze Zeit in irgendeiner Ecke gekotzt. Aber... Bro, for real, ich hab in jede Ecke geguckt, also der Einzige, es hört sich auch an, als wenn die unter dem Bett war, aber da war nichts. Wo hat das Vieh hingekotzt? Irgendwo muss diese Kotze sein. Irgendwo muss die Kotze sein. Ich weiß aber nicht, die Folge muss heißen, diese Folge ist zum Kotzen. Oder wo ist die Kotze? Auch geil, das ist noch eine Frage. Ja, ja. Ja, wo ist die Kotze, geil. Ja. Dann gucken wir mal, wenn Moili das macht, dann hört er die Folgen, actually. Ja, weil wenn nicht, ist er gefeuert. Ja. Das ist jetzt der Test. Digga, wir müssen den for real mal appreciaten, ne? Also Moili, der cuttet ja auch meine Live-Channel-Videos, falls du das hier hörst, Bruder, dickes Lob hier von uns beiden, Digga, auch mit dem Podcast, Digga, das nimmt uns mies viel Arbeit ab. Der soll mal Schule abbrechen, damit der noch mehr für uns schneiden kann. Real Talk, nach der Schule, wir stellen ihn Vollzeit an. Okay. Für ein gutes Gehalt. Super. Würde ich uns sehen. Ja, aber da muss er auch mehr arbeiten. Mindestlohn? Ich finde, dass er hier schläft. Ja, er muss hier in dieser Halle zwischen den Kartons schlafen, dass er hier auch Kamera dann machen. Aber weißt du was, ist auch fair, da kann man sich erstmal aufbauen. So fängt man an. Jeder fängt klein an. Ihr Schwänze. Für 150 Euro Medikamente ausgefahren. Was wollt ihr von meinen Eiern? So. Ja, das war eigentlich so meine Woche. Wir waren auf der Happiest Life Tour. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Ich glaube, wir haben davor aufgenommen. Oh, ich habe es nicht geschafft, leider, ne? Ich war da ja auch gewesen. Wir waren traurig. Die Leute haben nach dir gefragt. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe es leider nicht geschafft. Was hast du Wichtigeres gemacht? Ich musste die EP machen. Ich habe ratzfatz aufgenommen. Ich konnte nicht. Ach, scheiße. Ich hätte es nicht machen können. Bruder, das war auch krass. Ich habe gar kein Briefing bekommen. Es hieß, wir fahren den ganzen Tag im Bus durch die Gegend. Ich dachte, einfach den ganzen Tag gratis Pizza fressen. Bruder, auf einmal, wir sind in irgendeinem Boulder Park. Aber es ging nicht um Chips? Ja, aber ich war auch wegen der Pizza da. Gab es auch? Chips sind auch lecker. Die mit Sour Cream und Chili. Gab es auch Pizza, ja? Ja, es gab Chips, Pizza, alles. Ich habe zu Frühstück erstmal die Tüte Chips inhaliert. Gut. Und ich dachte aber, wir fahren einfach die ganze Zeit rum im Bus, machen hier und da Zuschauertreff und so. Bruder, wir mussten Hochleistungssport machen. Kennst du dieses Spiel, wo man in so einem Plastikball ist und dann spielt man Fußball und man ist so in diesem Plastikball. Ja, dieses Ball, ja. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas erlebt. Das tut richtig weh auch. 30 Grad in der Halle. Ganz kurz, wenn man in diese Bälle einsteigt, ist es eigentlich schon vorbei, weil die stinken so nach Scheiße, Digga. Digga, ich habe Platzangst bekommen. Ich habe so schlimm Platzangst. Ich habe Real Talk ein bisschen Panik in diesen Bällen bekommen. Habe gesagt, egal, ich schlucke das jetzt runter. Digga, ich bin anderthalb Minuten in so einem Ball rumgerannt. Ich habe keine Luft gekriegt. Ich habe keine Luft gekriegt. Ich musste raus und mich auswechseln lassen. Digga, sowas habe ich noch nie erlebt. Da musst du da irgendwie bouldern. Was wir auch gemacht haben in deinem Video, diesen Parcours, mussten wir machen. Katastrophal. Ich war so im Arsch danach. Oh, okay, geil. Und Schradin hat alle drei Tage gemacht, Digga. Der hat Augenringe, willst du den Knie kehlen. Der ist so am Arsch. Dass der daran nicht gestorben ist, an einem Infarkt. Das ist wirklich crazy. Der hat es schlau gemacht. Der hat immer schön gesagt, ja, macht ihr mal. Ich habe Schulter, das alte Schwein. Okay, hat der ja aber auch. Ja, egal. Er war Teamcaptain. Muss er Bullet tanken, sagst du? Ja, er hat mich gefetschämt und steht da und glotzblöd mit seinen krustigen Glotzkegeln. Soll er selber was machen? Das ist ja eklig. Aber war sehr, sehr geil, Digga. Digga, das war auch so ein surrealer Moment. Da sind ja, da war Trimax alle, ne? Ja. Und die sind dann so ausgestiegen. Und ich finde es eigentlich so oft unangenehm, IRL im Mittelpunkt zu stehen. Im eigenen Stream, wie gesagt, ist mir alles egal. Aber so in echt ist schon crazy, finde ich. Ja. Und dann steige ich aus dem Bus raus und auf einmal alle Leute fangen so an, so Zabex zu schreien. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Das war so ein richtig geiler Moment. Ja. Aber das war auch so ein bisschen wie, wenn jemand dir zum Geburtstag singt und du weißt in so 20 Sekunden nicht, was du tun musst. Aber das war richtig geil. Voll viele Leute da. Man weiß nicht, wie man richtig in dieser Situation zu reagieren hat. Genau, genau, genau. Hype man die Leute jetzt oder es war so. Ich bin ja immer so demütig und freue mich dann irgendwie. Aber das war geil. Viele korrekte Leute da. Aber es ist mittlerweile auch zu einem Ding geworden, Digga. Egal, Bro. Das war auch der weirdeste Typ, neue Story. Weirdster Typ. Ich bin da und wir wollten kurz zu Rewe rein noch so Chips holen und ich hatte an meiner Kette so eine Mini-Chips-Tüte Happy Slice als so Schlüsselanhänger. Dann kommt da so ein Typ an, richtig verstrahlt, richtig weird. Meint so, ey, verkaufe dir diesen Anhänger. Ich so, nein, Bruder, das ist von Trimax der. Ich verkaufe dir den nicht. 50 Euro. Ich so, nein, Bruder, behalt dein Geld. 100 Euro. Ich so, Bruder, ich verkaufe dir den Anhänger nicht. Es ist cool, aber behalt dein Geld. Alles gut, kannst du bestimmt auch irgendwann einen Online-Shop kaufen oder so. Dann zeigt er mir, ich weiß bis heute nicht, ob du das ernst meint oder mich verarschen wolltest. Dann zeigt er mir sein Sparkassenkonto mit 1.129 Euro und 78 Cent drauf und sagt, hier, ich überweise dir jetzt 1.000 Euro für den Anhänger. Dann bin ich langsam stinkig geworden. Ich sage, Bruder, ich verkaufe dir nicht diesen Anhänger. Du kannst mir 10.000 Euro geben, habe ich auch so gesagt. Nein, das ist Quatsch. Für 10.000 Euro. Hätte ich nicht immer, Bruder. Der wäre echt gecancelt worden. Stell dir vor, ich verkaufe so einen kleinen Racker für 1.000 Euro so ein Ding. Aber das, ich weiß bis heute. Gut, der hat angenommen, der wäre nicht klein und das wäre bar. Oh, schön am Finanzamt vorbei. Nee, keine Ahnung, das fand ich irgendwie. Und auch so dieses, kriege ich deine Kette, als wäre es das normalste Welt. Oh mein Gott, ja, Digga. Kriege ich dein T-Shirt, kriege ich deine Cap. Das wäre so cool. Nein, du Schwanz, du kriegst meine Klamotten nicht. Was ist das, Digga? Seit wann ist das ein Trend, dass die mich ausziehen wollen? Ja. Und, was auch ein Ding ist, verstehe ich auch nicht. Es ist nett gemeint, Bro, aber ich kriege so viel. Ich habe ein Klopfergeschenk gekriegt, einen kurzen, Pennergranaten, die kommen mit Tasche voller Alkohol und wollen mich abfüllen. Ich bin nicht alkoholkrank. Ich will keine Pennergranate, die seit drei Stunden in eurer Arschtasche ist und warm wie Kacke. Ja. Das ist nett gemeint, aber das ist so crazy. Digga, die Leute kommen an mit einer ganzen Minibar. Das ist der Wahnsinn. Ja, war geil. Das war meine Woche. Geil. Ja, Bro, bei mir war ähnlich Remy Demi auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß legit nicht, was passiert ist. Ich war so oft in Berlin. Ich hatte, ich war auf, ne, auf einer war ich, also ich war theoretisch auf, ich wäre theoretisch auf drei Argo-Shows in fünf Tagen gewesen, aber ich musste das 6PM-Festival leider absagen. Ähm, ja, Mann, Digga, Hamburg war insane als Voreggt. Das habe ich noch nie erlebt, das habe ich noch nie erlebt, dass die Leute so dumm ausrasten. Also so dumm ausrasten, also wirklich dieses da draufzustehen und das zu sehen, wie es ankommt, das bedeutet mir alles, Digga. Das ist auf jeden Fall mein Grind jetzt. Ich freue mich, 2025 ist, also mehr oder weniger confirm schon die Tour im Januar. Da machen wir einen Köln-Song. Auf jeden Fall. Lass vielleicht auch irgendwie einen, der noch nicht vorher öffentlich ist oder so, lass irgendeinen Banger nächstes Jahr zusammen machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall, die Leute müssen die Lyrics schon kennen. Also wir müssen das auf jeden Fall irgendwie davor. Okay, dann lass uns Retalk, sagen wir jetzt, nagel uns darauf fest. Ja. Je nachdem, wann deine Tour ist, das ist ja scheißegal, da muss ich mich mal raffen. Dann komme ich rum und wir nehmen ein, du kannst ja auch helfen, so mit Flow und Text und so. Und dann machen wir einen richtig geilen Banger, so oldschool wie damals und den reißen wir komplett ab auf der Show. Ja, ja, ja. Das wäre geil. Das wäre das erste Mal, dass ich auch einfach auf der Bühne einen Song rappen würde dann. Musst du machen. Das wäre geil, das würde ich fühlen. Das müssen wir machen, ja. Ja, das wäre krass. Das ist geil. Boah, das würde ich fühlen, wenn wir den so zusammen machen. Aber du musst dann so back up und helfen. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich kann nicht nüchtern rauf. Nee, da habe ich Bock drauf. Geil. Boah, richtig geil, Digga. Alter. Ja, das ist einfach Dream gerade. Weiß ich auch nicht. Das macht viel Bock. Ja, das ist so Fiebertraum, ne? So dieses Jahr ist, Digga. Das macht gar keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Das ist crazy. Aber es macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Na. Die Passion zum Beruf gemacht. Die Passionsfrucht. Aber das ist so wild, dass du einfach jetzt, Digga, also dass du wirklich so mit so Charts, dass das mittlerweile eine Rolle spielt, dass du einfach so Rapper bist. Ja. Das ist irgendwie, das ist so lächerlich, wenn man dich auf so einer Bühne sieht vor so tausend Leuten. Das ist krank. Aber auch geil, so das Ski-Argo, die sich da mit an die Hand nimmt und so. Bro, der ist wirklich ein Schatz. Das ist wirklich ein... Der hat mich auch eingeladen, ich konnte leider nicht. Zum, zur... Ja, ja, ja. Release-Party. Ich habe gesagt, wenn er mal Köln am Start ist, so kommt mal rum. Ja, auf jeden Fall Oktober, ne? Aber ich meide... Ist ja Oktober Köln? Geil. Ja, dann easy. Aber ich meide Berlin auch ehrlich so... Bro, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber Köln ist einfach mein Zuhause. Wenn ich hier ankomme, aus dem Zug steige und den Dom sehe, ist mir geht's gut. Ja. Das ist so merkwürdig. Same, Real Talk. So, Köln ist wirklich meine Heimat irgendwie. Aber Köln ist auch geil, das ist so, alle wohnen hier. Ja. Wann hat trotzdem irgendwie seine Ruhe, so. Ja, ich fühle das auch. Ja. Das ist geil. Das ist ultra geil. Man muss sagen, man muss sagen, wir sind momentan bei jeder Folge so ein bisschen gefühlt gejetlagged. Vom ganzen hin und her sein, du bist viel auf Events, du bist viel unterwegs auch. Meine soziale Batterie ist so leer wie noch nie. Also auch seit der Gamescom. Ich habe seit zwei Wochen, äh, Digga, soziale Batterie ist tot. Ich schlafe scheiße, ich komme scheiße aus dem Bett, ich habe keine Energie. Also es ist Meckern auf hohem Niveau, aber so, keine Ahnung, die Leute hören ja auch irgendwie den Podcast, um zu checken, was so bei uns abgeht. So, wir beleidigen auch oft unsere Omas, aber manchmal ist ja auch geil, einfach so zu erzählen, was abgeht gerade. Äh, das ist, das ist krass gerade, ja. Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Aber auch geil, gehört dazu. Ich hole mal was Neues. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde mal wieder gerne mehr Vlogs machen. Wirklich? Ja, ich habe mal eben so nebenbei. Ja, einfach Bock mal irgendwie wieder zu vloggen oder so. Mal gucken, wenn mal irgendwie wieder was Geiles ansteht. Du musst, weißt du, was du machen musst, Bro? Weil du es dir auch leisten kannst, du reicher Wichser. Du bräuchst, du bräuchst jemanden, der mit dir mitfährt zu Events oder so und einfach vloggt. Eigentlich müsste ich Julia einfach einstellen. Oder so. Ja, das wäre sowieso smart. Fett an Wirtschaft. Wird schön in die eigene Tasche reinbezahlt. Klar, zack. Krieg nochmal ein Puffi oben drauf für sexuelle Gefälligkeiten. Am Arbeitsplatz? Ja. Ja. Das ist krass. Da knallt's. Ja. Da knallt's. Auf jeden Fall. Boah, habe ich, äh, Bruder, habe ich die Story erzählt, dass meine Mutter angesprochen wurde auf meine TikToks? Nee. Boah, Digga, das ist auch eine Biss. Ja, kennen die Leute deine Mutter? Nein, pass auf. Also das ist so, das ist so vielleicht jetzt ein bisschen die Schattenseite, die mit dem ganzen Mahlzeit. Danke. Ich hoffe, ich liege meine Eier nicht, aber ich will mal Beine überkreuzen. Oh, das wird schwer. Hast du keine Unterhose? Doch. Hast du so eine lockere? Ja. Boah, das sind faule Eier, die gerade aus meinem Arsch kamen. Mega, meine Eier stinken auch, weil ich so schwitze. Ah, okay, gut. Alles gut. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes faule Eier. Guck mal, du musst dir vorstellen, also so kurz zur Hintergrundgeschichte, ich komme ja aus einem Dorf und manche Leute wissen einfach, was ich mache. Ich bin Dorfkind, fuhl, kannst du mich nicht mitdissen. Ich bin full am Bauernkind. Alles gut, du kannst du diss. Schwanzlutscher, ich bin full am Bauernkind. Okay. Ohne die Bauern, jetzt tut dein veganes Brot nicht auf den Tisch, du Pforze. Ja. Ist so, ja? Ja, ist so, 100%. Okay, okay. Schaut doch an die Landwirte, gebt ihr mehr Geld und so eine Sache. Hauptsache, ich muss ich mehr Steuern zahlen, dann nicht. No. Und meine Mutter hat so meinen TikTok-Account entdeckt und hat mir dann so eine Sprachnachricht gemacht, so, ah Mensch, damit verdienst du dein Geld und so. Also so aus Joke. Ich glaube, die fragt sich wirklich, wie man mit der Scheiße so viel Geld verdienen kann, aber egal. Das war ganz lustig, lustiger Call dann im Stream. Auf den. Und dazu muss man auch sagen, es ist nichts gescriptet. Also meine Mutter sagt nicht, ey, ich mach dir jetzt eine Sprachnachricht, ich ruf mich mal an oder so, oder ich sag das nicht zu ihr. Das ist wirklich so, manche Leute mittlerweile denken, ich scripte das. Das ist nicht gescriptet. Das kann ich auch selber sagen. Robert, ich ruf mal, wir haben in der CO, haben wir immer deine Mutter, also hab ich deine Mutter angerufen und gefragt, wann wir uns treffen zum Ficken. Ja. Und da hat die einfach gesagt, ja Felix, komm mal vorbei. Ja. Also manchmal ruft sie dann danach an und sagt so, ey, was ging gerade ab? So, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich sag so, ja, war witzig. Ja, war witzig. Aber diese Story, also alle Storys, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, ist real. Und das macht so geil. Ja, safe. Die haben einfach denselben Humor, so da weiß man, wo der Humor herkommt einfach. Jetzt war aber das Ding und ich glaube, das ist so die Schattenseiten, wenn man halt so in Anführungsstrichen bekannter wird, sodass halt mehr Leute das dann raffen. Und das finde ich, also gar kein böses Blut so mit der Person, die das gemacht hat, aber das fand ich irgendwie richtig unangenehm. Das hat mir so meine Mutter erzählt, die ist irgendwo irgendwie einkaufen gegangen oder Brötchen holen gegangen oder whatever. Und dann da arbeitet eine, also ich weiß auch, wen sie meint. Mit der bin ich in die fünfte Klasse gegangen, weiterführende Schule, so. Und keine Ahnung, seitdem nie wieder Kontakt gehabt, so ein auf den. Und das, ich war da auch schon ein paar Mal dann irgendwie mit meiner Mom, so. Und ich weiß auch, wie gesagt, die arbeitet, ich weiß, wen sie meint. Und die hat dann so random meine Mom angesprochen. So, yo, sag mal, weißt du eigentlich, was dein Sohn im Internet macht? Als wäre ich so 16. Oder ich bin 26 Jahre alt. So mäßig, dass die davon erschüttert sein würden. Ja, genau. So ein auf den. Weißt du, was dein Sohn für schlimme Storys im Internet erzählt? So ein auf den. Im Internet. Du musst schämen dich für deinen Sohn, so ein auf den. Und ich dachte erst, ich dachte erst so aus Spaß, so ey, weißt du eigentlich, was der macht, so ein auf den. Aber ich habe dann so meine Mom gefragt, so, ja, aber meint die das ernst so? Und sie so, ja, die meinte das wohl ernst. Und ich fand das so unangenehm, dass das jetzt so ein Backlash, dass jetzt Leute da so Auge drauf machen. Ich check, wenn das nicht der Humor von Leuten ist. Aber so 90 Prozent der Jokes, die ich mache, gehen ja auf meine Kosten. Ich rede einfach über Sachen, die mir passiert sind. Vielleicht ist es den anderen Leuten peinlich. Mir ist das nicht peinlich, Digga. Scheiß drauf. So eine lustige Story. Solange Leute davon lachen können, ist doch geil. Und die geht dann so privat zu meiner Mutter hin. Ich bin 26, Bruder. Ich bin ein erwachsener Mensch, so auf dem Papier zumindest. Und sag dann, weißt du, was dein Sohn im Internet macht? So einen auf den, so, ja, sie sollten sich schämen. Fand ich giga cringe irgendwie. Ja. Also, wenn du es nicht lustig findest, ist okay. Aber, Bruder, sei halt nicht verklemmt. So kein böses Blut. Ich wüsste auch gar nicht, wie man darauf reagiert, außer dass es halt peinlich ist. Da muss deine Mutter einfach sagen, Digga. Meine Mom hat einfach gesagt, Digga, da habe ich mir in die Hose geschissen. Meine Mom hat gesagt, so, ja, weiß ich. Und dann findet ihr damit ein Schweinegeld. Hat die einfach zu ihr gesagt. Oh mein Gott. Das ist krank. Also, meine Mom hat, also, ich finde so, ich flex nie oder irgendwie so, Digga. Ich bilde mir da nichts drauf ein. Aber meine Mom haut einfach so diese weird Flex raus. So, ja, und? Dann fährt die damit ein Arsch voll Geld. Ja, ja. Ich finde das aber auch geil. Meine Mom steht so 100% hinter mir. Ja. Und der ist das auch nicht peinlich. Ich glaube, die wundert sich einfach, dass man mit der Scheiße Geld verdienen kann. Ja. Aber die findet. Aber logisch auch, klar. Ja, die findet das halt geil und die ist da voll hinter mir. Und meine Mom hat immer meinen Rücken so, auf die ist immer verlastet. Ich habe auch immer ihr Rücken. Vor allem im Bett. 3-0. 3-0 heute. Ich werde es nicht mehr machen. Ich habe mich weiterentwickelt. Weißt du nicht. Du hast dich zurückentwickelt. Du rauchst Vapes im Podcast, Bro. Touché. 4-0. 4-0. Wo ist sie? Ja, Bro, aber ich finde das auch süß. Deine Mom und deine Familie ist eigentlich wirklich da geil, dass sie von Anfang an auch hinter dir standen, ne? Safe, ja. Da hast du wirklich noch ein richtiger Gossenpenner warst, ne? Ja. Bin ich doch. Das hat sich im Herzen nicht verändert. Naja. Ich trinke nur weniger Alkohol. Ja. Soll ich mal sehen, deine ganzen Louis Vuitton Butt Bags. Bro, das stand auch in diesem Bildartikel. Die haben so getan, als wäre ich wirklich Alkoholkranker gewesen und Julia hat mich aus der Gosse geholt. Oh, Dicker. Hast du den gelesen? Soll ich den vorlesen? Nee. Es wäre aber lustig. Na, okay. Ja, okay, mach. Okay, komm, wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Warte, ich suche ihn kurz raus. Wenn du noch was auf mein Herz hast, hau gern raus. Aber es ist eigentlich schon funny. Ja. Also, was ich im Herzen habe, ist einfach nur, da bin ich gestern bei Beauty and the Nerd drauf gekommen. Weil wir schauen ja momentan Beauty and the Nerd und jetzt bei Folge 4, Bro, auf YouTube angucken. Haben wir auch. Tavix Live. Gibt es, für du live. Gibt es, ähm. Da gibt es immer so Zickenkrieg, wo ich mir so denke, Alter, okay, wenn das jetzt eine richtige Beziehung wäre, ne, wo man so Kopfschmerzen hat, Bro, Freunde, kurzer Appell, wenn ihr in irgendeiner toxischen Beziehung seid, ne, egal ob das Freundschaft ist oder Liebesbeziehung oder seien es eure Eltern oder was, Bro, ihr müsst da, man weiß natürlich nicht, wie es ist, jetzt keine pauschale Antwort, aber ihr müsst da raus. Das ist so, ich hab mich, ich hab mich, das war ja eine Serie, ne, die haben natürlich dann auch irgendwo eine Bindung, wenn die so tun müssen, als wenn die jetzt ein Team und dies und das und dann gibt's Eifersucht zwischen Nerd und Beauty und so. Aber ich dachte, Alter, wenn Linda und Kim, wenn ich in einer Beziehung wäre, wo solche Streitpunkte immer wieder aufkommen und es gibt keine Seelenruhe, egal ob das Freundschaft ist oder so und man merkt, es reibt immer nur aneinander, ihr müsst in einem Woke-Ass-Moment sagen, raus. Einfach verfickt nochmal raus. Man denkt immer so, ey, wieso waren die so lange zusammen, wenn es so toxisch war, aber du bist halt mit Trap. Fangen, ich weiß das, ich war das auch mal, man checkt das in dem Moment auch nicht, ich verstehe das, aber man muss vielleicht manchmal wachgerüttelt werden und meint so, Bro, wollt ihr wirklich, ist das das, ist das das, wollt ihr das, so, oder gibt es vielleicht noch Licht, gibt es vielleicht noch was Gutes, es wird halt immer tausendmal besser, so. Und, was ich dann auch gelernt habe, ist, scheißegal, Leute kommen, Leute gehen, du musst einfach chillen, du musst einfach deine Wave riden. Einfach die Leute gehen lassen, Leute entwickeln sich auch weiter und so, das ist so das Geile. Rede Löwe, rede lauter. Und Entwicklung ist auch was Geiles. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist so, aber in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren auch noch CO und alles, ich könnte auf meine Entwicklung persönlich nicht stolzer sein. Same, ja. Und ich finde, das könntest du auch easy über dich sagen. Same. Also ich glaube, es ist wichtig, sich selber treu zu bleiben, aber, Digga, man entwickelt sich weiter und, Digga, safe, ich bin da full stolz drauf, so wie wir uns entwickelt haben. Und auch, ich finde geil, so, man kann zum Podcast alles nachhören, die alten Sachen sind noch da, einfach, ja, man ist sich selber treu geblieben, hat so seinen Weg gefunden, das, was einen erfüllt und ist damit halt jetzt gerade erfolgreich. Ja. Naja, most definitely, ne? Most definitely. So, liegst du mal vor, oder was? Okay, soll ich vorlesen? Mach's mal. Fand ich, also es ist wirklich einfach ein kompletter Artikel über mich, so, eigentlich so, Bildartikel ist man nicht stolz drauf, aber die haben es lustig geschrieben. Ich finde es lustig einfach. Okay. Einfach, Bro, pass auf, vom Normalo zum Twitch-Star. Mhm. Wer ist Zarex? Derb, ehrlich und trotzdem menschlich. Das ist der neue aufsteigende Stern am Twitch-Himmel. Zarex. Ob vom schnellen Ende beim ersten Mal oder diversen Fäkalpannen, keine Story scheint ihm zu peinlich oder intim. Mike alias Zarex oder Mr. Geil, wie er sich auch vertitelt, nimmt kein Blatt vor den Mund. Macht dabei besonders vor sich selbst keinen Halt. Hunderttausende Fans lieben seine Echtheit und seinen derben Humor. Seit Anfang 2024 gehen die Zahlen seines Twitch-Kanals durch die Decke. Ja. Klar, logisch. Doch wer ist eigentlich dieser Norddeutsche mit dem losen Mundwerk? Erfahre hier mehr über Zarex. Name, Mike alias Zarex. Geil. Warum steht da nicht Taschenbier schon drin? Wussten die nicht, aber ist noch nicht public. Okay. Geburtstag und Ort, bla bla bla, Wohnort Köln, bla bla bla, Werdegang. Früh übt sich, wer ein Internetstar werden will. Achso, früh übt sich, wer ein Internetstar werden will. Mit etwa 10 oder 11 Jahren bekam Zarex einen Camcorder geschenkt, nahm unter seinem... Sind da die Beyblade-Videos drin? Äh, auch. Okay. Auch. Nahm unter seinem Hochbett erste Sketch-Videos für YouTube auf. Weil seine Mutter besorgt war, dass man ihn deswegen mobbt, trug er eine gelbe Maske von US-Wrestler Ray Mysterio. Das ist krank. Weil deine Mutter Angst hatte, dass man dich mobbt. Ja, ich hab so einen Camcorder bekommen, noch so richtig oldschool, wo du so den Bildschirm ausklappen konntest mit so einer Schlaufe, also so richtiger Camcorder. Ja. Und ich wollte halt unbedingt, ich hab früher richtig gerne iCarly geguckt, absolut geile Serie, das war so mein Vorbild. Ja, oh mein Gott. Ich wollte immer so als Kind meine eigene Webshow haben und so sein wie iCarly. Ich hätte schon mal vor, man hätte wirklich so eine Freundesgruppe gehabt mit so, die das einfach machen. Aber heute sind wir es, heute, also das Twitch ist jetzt modernes iCarly. Das ist so geil, dass das so sich über... Irgendwie schon, ne? Ja, 100%. Ja. So, und das war immer so der Dream und ich war, oh Dicke, das war so cringe. Und dann hatte ich so 480p Camcorder und hab dann mir so eine gelbe Rey Mysterio Maske aufgesetzt, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich mein Gesicht im Internet zeige. Ja. Ich war jetzt auch smarter gewesen und hab dann so meine Sketch-Videos aufgenommen. Auf jeden Fall. Aber die hab ich leider nicht mehr. Ich würde alle, Bruder, ich bin mit dieser Rey Mysterio Maske, sind wir, da lag im Winter noch Schnee, sind wir auf dem Spielplatz und sind so Snowboard gefahren und so. Digger, turbo geil. Später drehte er Beyblade-Videos, filmte die Arena-Kämpfe der populären Spielzeugkreisel. Ab 2012 trat er dann als Zabix in Erscheinung. Boah, ist 12 Jahre her, gibt's den Namen schon. Er stellt unter dem Pseudonym auch Minecraft-Videos. Zwischen 2014 und 2018 machte er einen Abstecher in die Meinungsblogger-Szene auf YouTube. Teilte ordentlich gegen andere aus. Obwohl ihn viele noch dafür kennen, distanziert er sich heute von den Inhalten. Seine Zeit als Meinungsblogger hat aus seiner Sicht nichts mehr mit seinem Erfolg zu tun. So. 2019 landt er schließlich bei seiner Passion, Twitch-Streams. Er zockt vor der Kamera Games wie Minecraft, League of Legends oder Rust. Wir müssen mal wieder Rust spielen mit. Auf jeden, auf jeden. Doch der große Ruhm ließ auf sich warten. Anfangs hatte er nur eine Handvoll Zuschauer. Erst Kooperationen mit Streamern wie Revi, Philo und EliasN97 ebneten den Weg für seinen Durchbruch. Heute bietet Zabix auch IRL-Streams und Just-Chatting-Content. Seine Fans feiern seine unkonventionelle, humorvolle Art. Die sorgt maßgeblich für seine steigende Digitalität. Wann kommt jetzt der Juliapart? Ich will eigentlich nur den hören. Achso, warte. Gönnst du es mir nicht? Doch, ich gönn's dir. Aber ich will nicht so viel Screentime für diese Dreckblatt zeigen. Okay, hast recht. Warte, warte, warte. Ich zeig's dir. Ähm, äh, ähm, warte. Bitte warte sofort. Ich warte so geil. Alles mal wieder geil. Privat litt er unter seiner Einsamkeit. Das ist jetzt fürs Wild. Nachdem er in seine erste eigene Wohnung nach Kiel gezogen war, er rauchte, trank viel Alkohol, ging sogar betrunken in seine Streams. Digga, die tun so, als wäre ich so schwer alkoholkrank gewesen. Also, man muss schon sagen, wenn man das so hört, stellt man sich auf jeden Fall was anderes vor, als es war. Auf jeden Fall. Was sollte ich anderes, Bro? Als würdest du so leiden und so. Es war wirklich, ich war, ich war, ich war, ich war, ich war, ich war, ich war alleine Whisky getrunken und so. Dieser Aschenbecher. Ja, aber es war eine geile Zeit für dich bestimmt. Ja. Seine Freundin Julia alias Jarls brachte Ordnung in sein Leben, holte ihn aus dem Loch. Er und Julia kannten sich bereits vorher, waren damals noch jeweils in einer Beziehung. Eine Zeit lang hatten sie sich aus den Augen verloren, bis sie wieder über denselben Freundeskreis in Kontakt kamen. Nur als Singles. Auf Discord, in Klammern Sprachchat, fragte Zavek sie dann betrunken. Mann, Bruder. Warst du noch drunk? Ja. Okay, okay. Boah, ich weiß noch, wir haben so ein Spiel gespielt dabei, so ein Battle Royale Spiel und ich war sogar mit im Discord. Digga, ist das so geistkrank, ne? So praktisch habe ich es betrunken, ganz unromantisch, ob er bei ihr dann in der Friendzone, in Klammern nur ein Freund ist. Ihr Nein war der Startschuss für die Beziehung. Ich finde, das ist ohne Scheiß. Das ist eine süße Story, Bro. Das ist ein süßer Artikel. Das ist eine süße Story. Jetzt war richtig hier. Ja, doch. Das ist eine süße Story. Geil. Das war ein guter Artikel sogar. Ja, fand ich auch. Wir haben die, also ich habe ja auch viele so Artikel von Ingame und so, da denkt man sich auch so, okay, das ist ja auch viel zusammengekleistert. Ja, ja. Aber das fand ich war ein cooler Artikel. Danke für den blauen Haken, Leute. Auf den. Na, Mann. Wie spät ist der Taro? Wir haben noch zehn Minuten, theoretisch. Ja, machen wir Schluss. Machen wir dicht heute. Wir brauchen noch den Shoutout der Woche. Mein Shoutout der Woche geht raus an Shapo102. Übels lieber Typ. Richtig korrekter Arze, Bro. Der hat gesagt, der wird sich richtig freuen, im Podcast mal zu kommen. Nächste Woche, Donnerstag, wäre sogar möglich. Ja, oder Pro, voll geil. Der ist ein Körner. Warte, was hat Shapo noch für Songs gemacht? Ich glaube, von dem habe ich viel so zu meiner Feierzeit gehört. Lass mich kurz checken. Und der kam auf der Aftershow von Agos Release Show in Berlin auf mich zu. Und wir haben richtig, richtig gut geredet. Also, ist so ein richtig cooler Typ. Ja, Mann, Shoutout an ihn auf jeden Fall. Und seine Musik, die er macht jetzt, ist auch cool. Digga, ich habe Save damals von dem, der Name kommt mir so bekannt vor. Aber, weiß ich nicht, ich habe Save, ich muss mal reinhören, ein paar Songs von dem gehört damals. Ja, geil. Schradin müssen wir auch noch ranholen. Schradin im Podcast auch geil. Wir müssen jetzt mal langsam, wir haben jetzt ein Setup steht, jetzt ein paar Gäste. Sehe ich uns auf jeden Fall. Schön geil. Real Talk, weißt du, an wen mein Shoutout dieser Woche geht? Jetzt bin ich gespannt. An Gronkh. Digga, das muss man noch kurz anschneiden. Wir waren bei unserer Management Party und wir sind ja im selben Management. Digga, das war so geil. Gronkh steht da einfach casual. Spiel schnackt mit dir und ich habe noch nicht viel privat mit ihm zu tun gehabt, leider. Und ich wollte ihn so begrüßen, ihm die Hand geben, Digga, auf einmal er nimmt mich so in den Arm und sagt so, ey, ich habe Merch von dir, Digga, das ist ein so lieber Mensch, einfach, das ist so, ich musste leider von mir los. Der ist so Seele ruhig und so. Ja, ich will mal, Digga, Gronkh und Gronkh ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, wahrscheinlich für uns beide, dass wir hier sitzen. Ja. Ich weiß noch, mein erster Berührungspunkt mit diesem ganzen Scheiß war unter anderem die Außenseiter. Ja, same bei mir auch. Bluetooth-Video damals, Außenseiter. Ja, oder dieser Hater-Song, wo ist Herbert und so. Wo ist Herbert, der COD-Song. Bro, ich weiß es noch ganz genau, es war fünfte Klasse. Oh, wann war das, Digga? Bro, wie krank das war alles. Das ist dicker, boah, Alter. Warte, wann bin ich in die fünfte Klasse gekommen? 2010 oder so. Und ich weiß auch ganz genau, sein Minecraft-Singleplayer-Let's-Play. Und der hat gerade seine Spinnenfarm unten in so einer Höhle gebaut. Ja. Bruder. Und da ist es für mich geschehen. Dann habe ich mir Minecraft gecrackt und habe dann so mit einem Kumpel immer gecrackt, Minecraft gezockt. Same. Über Hamachi. Digga, ja, ja. Gronkh ist so eine Legende. Bruder, das ist der Urvater von YouTube-Deutschland. Mit diesem Minecraft-Let's-Player und so. Und den da einfach so stehen zu sehen und mit dem zu quatschen kurz und so. Und dann sagt er einfach, ey, Bruder, also das hat halt Management geschickt, aber egal. Er sagt so, ey, ich habe Merch von dir. Ja. Turbo-geil. Deswegen mein Shoutout auf jeden Fall. Bruder, der hat auch von sich aus dieses Bild. Ich habe an dem Tag von Atzen, die Bock hatten, ein Bild mit dem Filo-Wissen gemacht. Und Erik meinte so, komm, wir legen uns mal an die Bar und ich tue mal so, als wäre ich so besoffen auf diesem Kissen. Und er hat es auf Twitter repostet sogar. Digga, das ist so eine Legende. Das ist so eine, also der will auch einfach, der will, glaube ich, einfach die Leute um ihn rum auch einfach nur gewinnen sehen. Das ist ein richtiger Maus einfach. Absolut, absolut geiler Typ, ja. Ich finde es schade, dass ich so schnell wieder los muss. Ich hätte gerne noch mehr mit dem geschnackt. Aber mein Shoutout, dickes fettes Shoutout an Papa Gronkh, Digga. Ja, Mann. Absolute Legende. Der Fadi. So. Ja. Ich will jetzt noch essen zu Mikado. Genau, tschüss. Macht's gut, Leute.